Ja, willkommen zurück zu einer weiteren Runde CSCM 3. Immer noch mit dem Agato, immer noch Coop. Und wollen wir mal starten. Kommt bestimmt eine nette Videosequenz jetzt. Warum nennst du mich eigentlich immer Agato, ey? Keine Ahnung, ich weiß es auch nicht. Das ist die Gewohnheit. Macht der Gewohnheit. Okay, ich nenne dich auch über Sanchez, aber... Ja, ich will ja eigentlich, weil YouTube nicht mit unserem echten Namen auftreten wollen, sonst hätte ich ja bei YouTube meinen echten Namen auch gleich anzeigen lassen. Ich höre nur ich diese komischen Geräusche, oder müssen wir hier lang? Ja, müssen wir nicht lang. Wo lang? Wo bist du denn da? Hier hoch, oder was? Ich weiß nicht, ich glaub nicht. Alter, guck mal, wenn du hier springst, ne? Pass auf, wie viel Staub ich hier mache. Ich glaube, wir müssen nach vorne, oder mit dem Müll halt auch hoch. Ja, hier kommst du auch nicht hoch. Ach, da ist eine Seitengasse, ey. Ja, von so sieht das Spiel eigentlich immer gleich aus, theoretisch. Oh, okay, da kommt was. Da, 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 ich hab's gesehen. Da drüben. Wo denn? Ja, gelaufen einfach. Der kommt gleich schon mal ganz alleine. Da. Irgendwas Schießerwund. Ich glaub nicht. Immer noch da, der Typ. Er brummt ja nicht mal so scheiße, Alter. Ich muss ihn da hoch, irgendwie. Nein, nein. Jetzt war was für mich übrig, danke. Alter. Alter. Ich glaube, das war eine ganz gute Idee, das im Kurvenplatz zu spielen. So, so, so würde ich in den Ziffermarspiele haben. Nicht überhaupt. Ey, die wissen gar nicht, den Wegler wissen gar nicht, wie geil Koop ist, glaube ich. Ey, ich bin doch eigentlich von... Hey, 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 hey. Oh ja. Von... Hat Battlefield vielen Koop? Nein, der hat gar nichts davon. Gar nichts. Nichts, haben sie doch gekennzeichnet. Hey, 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 hey. Haben sie doch gekennzeichnet, weil sie meinten, das bringt ja nichts. Selbst der Korb, der eigentlich mal Battlefield 3 war, den verdient. Also ich kenne andere Korben und das hier ist ein Korb-Muni. Das ist... Wir spielen hier wirklich die Singleplayer-Kampagne durch. Die Riechen hier. Nur halt zwei. Das sind halt Spiele, die wissen halt, wie man es macht. Weißt du, die haben zwar jetzt nicht so einen großen... Weißt du, Story oder so. Keine Ahnung. Aber ich finde, die machen trotzdem Spaß. Einfach mal sinnlos. Gegenfallern ist auch mal nicht. Da, links. Rechts. Alter. Wir haben Augen überfluss. Ja. Ich glaube, wir haben gerade die Brücke erwischt. Ganz wie Augenbescheid. Alter, Fede. Ey, guck dir das mal an. Allein diese Spur hier. Ja, es ist einfach abwartet. Wie gesagt, das kann... Und das Gute ist auch, das kann jeder spielen, weil halt... Erstmal ist es jetzt sowieso im Humble-Bande gewesen. Und die Jungs, wenn ihr das haben wollt. Im Humble-Bande war es jetzt. Aber ich glaube, wenn wir hier rauskommen, dann dauert das ein bisschen. Ich glaube, du stirbst gleich. Hallo. Ja, tschüss. Wo drauf? Ich muss mal den Kopf treffen. Oh, oh. Das zieht auf mich. Hier gibt es übrigens Rüstung bei mir, ne? Wir haben jetzt einfach besser getroffen jetzt. Ja, außer. So, wir müssen ja jetzt lang. Wahrscheinlich hier irgendwo in der Gasse lang, oder? Warte, ich will mich eben hier noch drücken, muss. Ne, da geht es nicht lang. Hier ist eine Gasse. Warte, wie lang? Hier geht es auch Rüstung und hier. Wo komme ich denn hier rein? Oh, da kommt was! Oh, da kommt was, was, was Pumma. Alter, das sind doch mal Waffen. Oh, das ist nur ein Dings. Da kommt noch mehr davon. Oh, hier kommt gleich so tief. Böden, Mann. Böden. Oh, nein, nein, nein. Ich glaube, dafür sollten wir nicht unsere Munition verschwenden für diese Viecher. Ich glaube, dafür sind nämlich mal die kleine Waffe wieder. Hier lang, ne? Ja, oder? Ja. Da war Rüstung drin. Oh, ja, nein. Ich habe 100 Rüstung, das muss reichen erstmal. Ich bin denn lang, ne? Ich glaube, hier irgendwo, hier sind die Gasse hier hinten. Da kommt noch was durch. Da, 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 da ist wieder so riesenvieh. Ja, das macht Platz gleich für uns, pass auf. Auf jeden Fall müssen wir dann da hin. Nun kriege ich das Tor irgendwie auf hier. Hier müssen wir lang, besch... Irgendwann muss ich hier reingehen. Ach, wo? Hier bestimmt, hier. Aber hier liegt doch was. Komm mal hier dann. Hier sind wir hergekommen, oder? Mh, mh. Ist da auf der Brücke das Viech, oder? Mh, ist dahinter, ja. Wir müssen da irgendwie hoch. Hier ist auch noch ganz viel. Ich glaube, ich habe den Weg gefunden. Da bin ich noch. Oh, Mini-Geheimnis habe ich gefunden. Boah. Hat mich das Viech gerade geschaut. Ich habe was für dich. Guck mal, Geschenk. Oh, Wies. Danke. Guck mal, ist hier groß. Boah, ist das Mini-Geheimnis denn her? Das war gleich in der Ecke, dachte ich das gerade. Da, hier, hier. Hier irgendwo, hier. Hier das gerade irgendwo. Kann ich das dann auch noch aufsammeln? Ja, eigentlich schon. Doch, eigentlich schon. Oder du kriegst es mit mir zusammen, ich weiß es nicht. Mal müssen sie es aber definitiv noch aufsammeln können. Hm. Schön. Hier hinten ist Munition, hier. Hm. Du bist etwas weiter hinter mir. Vor mir jetzt. Hier. Und. Hier ist noch Munition hier hinten in der Ecke, hier. Und da liegt eine dicke, fette Mini-Gun. Da liegt schon wieder ein Mini-Geheimnis hier hinten, hier. Hier, da. Das ist eigentlich liegen vor dir. Genau. Ja, hab's. Wie ist eine Garage? Ähm, warte mal. Warum macht man es nicht ganz einfach? Okay, das geht nicht. Das ist wahrscheinlich hier hinten irgendwo lang. Lass uns täuschen, aber müssen wir gar nicht da lang. Weil es gibt keinen Sinn, weil hier ist nur dieses kleine Häuschen offen und das war's. Äh, ja, das ist manchmal so ein bisschen verzwickt manchmal im Spiel. Hä? Da. Ach, Leute, Mann, wie sind wir dumm. Wolltest du das sagen? Ich wog grad so. Moment. Hä? Da geht's doch lang. WTF. Oh, Blindfischer. Was für Trottel, ne? Was für Trottel. Äh, äh. Äh, echt? Hä? Was ist das denn? Äh. Äh, ich geh in Deckung. Das sind zwei. Zwei. Alter. Ich, was hier? Hackt mich am Arsch. Hab ich die irgendwo gemacht? Die geht ein bisschen härter schießt, als die. Nein, nein, nein. Warte. Ich geh auf die andere Seite. Ich geh wieder auf die andere Seite. Blöde Tonne. Ah, ist tot. Ich geh jetzt mit Droh-Munitionen hier im Bus-Häuser. Hier geht's mit Droh-Munitionen. Ernsthaft? Serious? Seriously? Da kommt mal so fies, dass du läufst. Hey. Du hast vor allen Dingen mal so komischer Wurmbel. Ich glaube er ist tot. Er ist tot, ja er ist tot, ist tot. Na warte Bomben, Mann. Hier ist nur Überrüstung. Einfach mal durchlaufen. Einfach mal durchlaufen. Verpiss dich! Verpiss dich, Alter. Felix, bist du da vorne irgendwo? Du bist da vorne. Ja, 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 ja. Da kommt einer von rechts. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Kommt noch so ein Vieh. Hinter uns! Nein! Aaaaaah! Uli, da geh ich nicht rein. Hinter dir! Ich bin immer lauter. Da dampfst du irgendwo. Da hat's gedampft. Oha! Alter, wo denn du? Wo denn? Hallo? Da spiel mit uns. Oha! Einer ist schon mal weg. Von hinten muss einer kommen. Von hinten! Da ist er! Ich hab ihn! Endlich, ich kippe die Sack wie Broha! Watt für ein Schrei, Altsai! Hi! Hi! Oh nice! Eich, hier steuerst du echt viel mit der Statue. Hier kannst du auch gut Aim lernen, ey. Hallo, guten Tag und Tschüss. Kommt das hier durch? Krieg ich auch so ein Head. Jetzt ist es tot. Wenn du mehr auf den Kopf schießt, dann stirbt es schneller. Hier gab es nur die Zuhörer in der Hütte. Da drin. Da vorne hier. In der Hütte hier. Schon geholt die Hütte hier? Ach hier. Ja. So, hier ist noch mal Rüstung. Ja, da war ich schon. Ah, echt lustig ey. Das ist mal so, abseits, hier ist ja auch noch Rüstung. Abseits des LOL, Alter. Was das geil ist, wir haben jetzt schon so viele Folgen fertig. Ja, weißt du, was das heißt, ne? Was? Es liegt viel rum. Wir sind in einem großen Raum. Vielleicht kommt es in einem großen Raum oder was. Hiss dich. Da oben, Schießer. Hörst du dich? Denk ich dir. Hörst du dich? Ja. 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 Kapitän. 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 Ja, da kommt ein bisschen was Großes. Aber nur ein bisschen. Alter, also was Serious Sam auf jeden Fall gut kann, Gegner man es nur übertreiben. Aber dafür ist das Spiel auch für dich. Das ist nur das Serious Sam der Übertreibung. Äh, das Yuki der Übertreibung. Aber jetzt war ich so. So, aber weißt du, welches Spiel ich so auf der Box macht, finde ich nicht. Welches? Dead Rising. Das ist einfach so geil. Wo hast du das denn gezockt? Ich glaube, Kollegen. Ja, ich will mir das auch immer noch holen, aber momentan, keine Ahnung. Ich hab ja auch Dead, ich hab richtig gespielt und nicht durchspielen müssen, aber Dead Rising soll ganz gut sein. Das spielt ja auch Pizze momentan und, äh, und das ist weit in meinem Spiel. Ja, aber wie gesagt, alle, alle interessiert ja das, theoretisch. Ich muss es mir auch aus Österreich mal noch bestellen. Ich würd's mir aus Österreich mal bestellen. Also, wenn ich eigentlich bei der, irgendwo im Start sitzen würde, dann würde ich mich langsam auch verarscht wohl kommen, weil, weil wir können eh ja das aus Österreich bestellen. Mich liegt da noch der Rest. Du setzt es auf Deutsch, das ist nicht. Und sowieso nur Uncut bei den Ösis, denn den Ösis interessiert das einfach nicht. Weil die sagen, nur da kommt was gerollt. Was ist das denn? Die Typen, die können schießen. Ähm. Was ist das denn? Boah, ich hab zu wo das Problem. Loll! Loll! Hat's ihn selber zerfetzt, was du gesehen? Alter, guck mal nach vorne, ich nehm die kleine Waffe wieder Vielleicht auch Du darfst auch keine, ey, du darfst auch keine Hardcore Engineer nehmen Dann hast du cool, der ein kleimt hier, ey LOOOOOIT Vermiss dich, lauf, lauf Lauf, da kommen ganz viele Alter, guck mal, wie es rummacht, ey Alter, übertreiben, ich sehe gar nichts mehr Oh, so Wie weit geht's denn hier nach hinten noch, lol Ich glaub, wir haben noch ein bisschen Laufmacht Einfach irgendwo reinballern, irgendwas treffen wir schon Ich glaub, wir haben's überstanden Guck dir das an, guck dir das an Ohohohohohoh Scheiys, ohhh ne, liek schon wieder Ich spüße mal, wenn wir uns danach keine Auszeit verdient haben dann weiß ich auch nicht Alter Ey, wie ist es über 3 mit dem Monster denn? Ja, voll, ich kann wieder mal was jetzt machen Ey! Oh, sorry Das war mein Monster, ich wollte noch ein Geschenk mitbringen Alter Warte ab, gleich kommt die noch so weiter Aber das ist so, das ist so süß der M-Typisch So, jetzt nehme ich wieder meine Shotgun, ey, zur Sicherheit Na ja, gute Idee Uuuh, ich hab nichts zu tun Hey Na ja, auch lustig Das fliege noch so komisch, ich gehe noch durch die Gegend, ey Ich hab den Knochen wieder hier rein Kalt ist, wenn sie einmal Wenn sie einmal einen angesprungen haben, ist es voll brain afk Danach Gib nur deinen Kopf, Alter Geh nix, ich hab wieder Geschenke für dich jetzt im Fall Nächstes Mal nimm ich den Hammer, Bitch Alter, das spiel ich echt schon genial, ey Oh mein Gott Jetzt bist du der erste Gegner, oh mein Gott Oh mein Gott Ich glaub, es mag nicht Leute, du fliegst Cool, es mag mal nicht mich Leute, wo ist es hin? Es ist durch die Wand, genau Hallo? Hallo? Ich glaub, wir haben's gerade gemacht Es ist weg Hallo? Hallo? Okay, es ist weg Äh, und jetzt? Hallo? 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 Ja, wo ist es jetzt? Ich glaub, das kommt vielleicht die extremen Lücken Ja, aber wie soll's denn hier rauskommen? Es ist hier hinter irgendwo Hier, irgendwo hinter Soll ich nicht mal weitergehen? So meine Freunde Ich glaube, wir haben's gerade gebackt Wie soll man denn weitergehen? Hier geht's doch noch um so weiter, oder? Ja doch, hier 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 Stimmt, ja Dann gehen wir weiter Hier, ich bin in der LZ Es ist zu heiß, ich kann nicht landen Ach ne, wenn ich hier große Pätze sehe, kriege ich jetzt schon Angst Ich nur dich Ich nur dich Hm, ich weiß auch genau warum Hm, wenn das mal nicht der letzte war Ja, guck doch mal Komm hin, das ist toll doch schon wieder einigen hier Boah, wie sie das übertreiben Boah, wie sie das übertreiben Ja, das ist aber so mega geil Boah, guck mal hinten aus Oh Gott Das wird halt mal ne etwas längere Folge diesmal Oh lol Hier kommt der von allen Seiten Hast du den schon mal ihre Köpfe anguckt? Ja, da sind sie aussieht wie die noch Wie das Oh...lelelelelelelelelelelelelele Das ist ein Minus. Oh fuck. Ich nehme mir die Viecher schon mal ab. Da kommt noch mehr. Ich glaube wir gehen mal wieder auf Pistol Mode. Und das ist hier. Oh fuck. Alter guck dir meine Hand an. Die ist so blutig ey. Aber die packen uns hier immer wieder Munition hin. Da kann man doch die Shotgun nehmen. Hammer hilft. Knochenbrecher. Oh Gott. Knochenbrecher. Drei von zwanzig. Vier von zwanzig. Ey das musst du sogar mit dem Hammer töten. Dann kriegste Bonuspunkte. Richtig. Diese Kreaturen. Ich habe fünf von zwanzig hab ich jetzt. Sag dich mal aus. Hat die auch mal einzig für mich. Ja die Dinger kriegste nicht. Die muss die Knochen wieder töten. Drei von zwei. Das ist aber dann noch eine Eintrachtgerstelle. Eins. Zwei. Drei. ich war da h ich glaube wir haben es überstanden nun mein hammer macht sich wieder bereit hol den vorkommen oh ich fick dich ich hasse dich mein knochen wie ich es wird heute mal ein bisschen überlänger folge ich kann euch freuen aber ich glaube wir haben es geschafft ahhhh wir können landen wir werden abgeholt ja wir landen du hast doch sogar ein bbg davor echt krass bei mir ist ein viel im Kopf alter was kommt jetzt ach du heilige Oh, du bist so großartig. Oh, du bist so großartig. Ich hatte es so aus, aber nicht schlimm, du kannst einfach starten. Ja, ich bin dabei. Okay, dann muss ich mich mal zu überleben. Hallo. Oh, 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 oh. Der besteht, glaube ich, dieser Thun in der Mitte irgendwie. Und BAM! Ein Bier! Sam, wir haben Kontakt mit Gerrit. Was ist dein Status? Das ist mein Status. Repeat, Extraction has failed. The bird is down. Goddammit. Okay, secure the crash site and save the pilot. Way ahead of you. Roger that. Keep me posted. Nice. Ja, liebe Leute, jetzt haben wir es geschafft wieder. Super Runde vorbei hier, ey. Echt hardcore. Also, ihr seht, der Koop-Modus macht einfach nur mega geil Fun. Ihr habt jetzt eine Folge gekriegt, die jetzt ein bisschen länger ist als die anderen, aber genießt es einfach. Und ja, wir freuen uns auf jeden Fall aufs nächste Mal mit euch wieder CSM3-Koop-Modus. ...